Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste, der Titel Perspektive für die BVG, Investitionen in den ÖPNV, täuscht über den eigentlichen Zweck dieser Aktuellen Stunde hinweg, nämlich das notdürftige Zusammentackern der letzten Reste dieser Regierungskoalition. Denn nichts anderes ist es, wenn im historischen Ambiente einer alten U-Bahn im Bahnhof Alexanderplatz am vergangenen Donnerstag, den 7.1., ein Letter of Intent unterschrieben wird, in dem das Püree aus dem letzten Jahr aufgebraten wird. Darin wird eine Fahrzeugfinanzierungsgesellschaft vereinbart, die dieses Parlament in den Haushaltsberatungen für 2016-17 bereits letztes Jahr beraten und auch beschlossen hat und die längst gegründet wurde. Diese Koalition stellt diese Stadt nun vollends von den Füßen auf den Kopf. Erst wird alles unter Dach und Fach gebracht und dann wird eine Absichtserklärung unterschrieben. Und lassen Sie mich zu diesem Vorgang noch eins sagen. Wenn sich das Land Berlin mit der BVG, einem zu 100 Prozent landeseigenen Unternehmen, über ein Letter of Intent einig wird oder ausgedrückt, dieser Senat mit sich selbst einig wird, dann mag das ein ganz großer Wurf für diesen Chaos-Senat sein, aber sicher kein großer Wurf für diese Stadt. Und ein Thema für die Aktuelle Stunde gleich gar nicht, wenn man sich ansieht, wie in Senator Henkel zwischen Ausweitung der Videoüberwachung, auch in den S-Bahnen und der BVG und anderen kruden, nicht umsetzbaren Ideen herumehrt oder mit welchem Nachdruck sich Sozialsenator Csaya um die absolut akuten Notstände im Lagiso nicht kümmert. Aber zum ÖPNV und zur BVG gibt es natürlich auch noch etwas zu sagen. Denn wie sieht hier die vorgestellte Perspektive des Senats für die BVG der kommenden 20 Jahre denn wirklich aus? Die Koalition will die jährlichen Zahlungen an die BVG im Jahr 2020 leicht um 50 Millionen Euro auf rund 700 Millionen Euro im Jahr erhöhen. Das entspricht gerade einmal einem Zuwachs von 7 Prozent gegenüber den knapp 650 Millionen Euro, die das Land derzeit jedes Jahr überweist. Auf diesem Stand ohne Inflationsausgleich sollen die Mittel dann für 15, ich betone für 15 Jahre eingefroren werden. 100 von diesen 700 Millionen Euro will der Senat jährlich an die neu gegründete Finanzierungsgesellschaft der BVG überweisen und zwar 49 Jahre lang bis zum Jahr 2069. Aus diesem Topf sollen ab 2020 neue U-Bahnen und Straßenbahnen finanziert werden. Das Durchschnittsalter der U-Bahnen beträgt heute 27 bzw. 29 Jahre. Wenn es also vor 2069 kein neues Geld für neue Züge gibt, sollen die in den nächsten Jahren anzuschaffenden U-Bahnen also offenbar noch länger im Einsatz bleiben als bisher. Unter dem Strich soll die BVG mit 7 Prozent mehr Landesmitteln, 8 Prozent mehr Verkehrsleistung, also zusätzliche gefahrene Kilometer erbringen. Zusätzlich aber, und jetzt wird es interessant, soll die BVG mit diesen Mitteln noch ihren Schuldenberg von derzeit 700 Millionen Euro komplett abtragen, ihre teils in die Jahre gekommene Infrastruktur sanieren, für Barrierefreiheit und modernisierte Bahnhöfe sorgen, die Versorgungsdichte erhöhen, neue Wohngebiete für den ÖPNV erschließen und eben ihre Fahrzeugflotte modernisieren und erweitern. Das klingt eher nach Wunschkonzert als nach vernünftiger Finanzplanung. Die ebenfalls im Letter of Intent enthaltene Ankündigung, die BVG solle doch ihren Eigenfinanzierungsanteil von 57 auf 62 Prozent erhöhen, zeigt, wer die Rechnung am Ende zahlen soll, die Fahrgäste. Schon in den vergangenen Jahren gehen die Umsatzsteigerungen der BVG hauptsächlich auf die gestiegenen Fahrgeldeinnahmen zurück. Wenn der Senat jetzt noch stärker auf die unternehmerischen Eigenanstrengungen der BVG setzen will, heißt das nichts anderes, als die Kosten noch stärker als bisher auf die Fahrgäste abzuwälzen. Denn ohne kräftige Fahrpreiserhöhungen wird diese Perspektive für die BVG nicht zu finanzieren sein. Damit konterkariert der Senat die aktuelle Tarifpolitik des Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, der zufolge Fahrpreiserhöhungen auf einem Index aus Verbraucherpreisen und Kostenentwicklung basieren sollen. Angesichts niedriger Inflationsraten und sinkender Kraftstoffpreise dürften die nicht allzu hoch ausfallen. Die BVG wird, sobald diese Maßnahmen greifen, gar nicht anders können, als die immer höhere Fahrpreise zu fordern. Die überfälligen Investitionen in neue Schienenfahrzeuge werden teuer erkauft durch einen höheren Kostendruck auf die BVG, der letztlich an die Fahrgäste weitergereicht werden wird. Dabei sind die Fahrpreise ohnehin schon zu hoch. Besonders für einkommensarme Menschen droht Mobilität so immer mehr zum Luxus zu werden. Ein Luxus, der sauer aufstoßen wird, wenn die Fahrgäste im Jahr 2069 in über 40 Jahre alte Züge einsteigen müssen, weil das Land Berlin noch immer für die in den 2020er Jahren angeschafften U-Bahnen zahlt. Und ich halte noch einmal fest, der öffentliche Zuschuss soll auf 15 Jahre ohne Inflationsausgleich festgeschrieben werden, die Ticketpreise aber regelmäßig steigen. Das ist sozial ungerecht, ökologisch unsinnig und wird auf Dauer so nicht funktionieren. Und eine Politik, die öffentliche Zuschüsse begrenzen will und stattdessen auf unternehmerische Effizienz- und Fahrpreiserhöhungen setzt, riskiert Folgeschäden, wie sie im Extremfall in der S-Bahn-Krise auftraten. Stattdessen gilt es, die Finanzierung des ÖPNV ganz neu zu denken. Wie wäre es mit innovativen Tarifmodellen, die sich an der Erfolgsgeschichte der Semestertickets orientieren? Solidarisch finanzierte Tickets für Schülerinnen und Auszubildende würden nicht nur sichere Einnahmen bei niedrigen Fahrpreisen ermöglichen, sondern auch junge Menschen früh an umweltfreundliche Verkehrsmittel binden. Auch für Landesbeamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes oder für Seniorinnen wären solche solidarischen Ticketmodelle denkbar. Außerdem gilt es, weitere Finanzierungsquellen zu erschließen. Der öffentliche Nahverkehr ist ja nicht nur Transportmittel für Fahrgäste, sondern Teil der kommunalen Daseinsvorsorge. Von einem stadtweit verfügbaren, leistungsfähigen ÖPNV profitieren auch Arbeitgeber, Grundstückseigentümer, der Einzelhandel und nicht zuletzt Autofahrer. Denn ohne den öffentlichen Nahverkehr würde der Verkehr in Berlin zusammenbrechen und Stau zum permanenten Zustand werden. Wir treten daher ein, dass auch diese Gruppen ihren Beitrag zur ÖPNV-Finanzierung leisten. Unsere langfristige Perspektive für die BVG heißt jedoch fahrscheinlos. Ein für alle zugänglicher, solidarisch sowohl von den Fahrgästen als auch von Nutznießern finanzierter ÖPNV, begleitet von massiven Investitionen in den Fuß- und Radverkehr, wäre eine zukunftsweisende Antwort auf die aktuellen verkehrs- und umweltpolitischen Probleme der Stadt. Die Rufe danach kommen ja auch aus der CDU und werden immer lauter, dass eben in besonderen Fällen auch fahrscheinfreie Tage in Berlin existieren sollten. Vielleicht bewegt sich da tatsächlich in dieser Stadt in der nächsten Zeit noch wirklich was. Eine Studie, die zeigt, dass das kein Wunschdenken ist, sondern tatsächlich machbar ist, hat die Piratenfraktion im Sommer letzten Jahres vorgelegt. Die Anschaffung neuer und zusätzlicher U- und Straßenbahnen hingegen ist ein zwar notwendiger, aber nur vergleichsweise kleiner Schritt in Richtung zukunftsfähiger ÖPNV. Und das auch nur dann, wenn die Kosten der Anschaffung nicht zuletzt auf die Fahrgäste abgewälzt werden, die so für ihre verantwortungsvolle und zukunftsweisende Verkehrsmittelwahl abgestraft würden. Vielen Dank.